ja auf jeden fall ja scheiße müssen irgendwann bei mir nochmal diese youtube geschichte da noch mal aktivieren aber hier ist ja gleich richtig blau ach so hattest du mark mal gefragt der hat jetzt auch einen kanal ne ja hier hatte ich aber nicht gefreut und ja alter der zugehauen das gibt es ja gar nicht das gibt es doch gar nicht sonst war machen die sowas ja sonst ist immer so dass er immer zuguckt wenn ich die messer da kann man ja schon wieder geradeaus weiter ich stecke in den bäumen fest was ist das denn ich habe ja auch gerade probleme warte mal das was ist richtig dunkel und jetzt muss ich erstmal weitläufig rumlaufen so jetzt habe ich jetzt komme ich jetzt mal zu dir und es gibt wieder nur ein gegner ja wahrscheinlich sterbe ich gleich wieder nun weil irgendeiner hinter uns her ist ja den haben wir auch schon das ist das ist eine saatmutter ne ja da oben ja ach du hast da eine ich habe hier auch noch eine meine habe ich gerade schlafen gelegt ja die ist auch weg ich dachte nämlich erstes mein gegner der sich da oben bewegt dann können wir weiter so warte mal ich verbinde mich hier noch mal kurz hier gibt es einen verbindungskasten achso der hast du schon ja ja ich habe gerade mein bornheimer meinungsverstärker nachgeladen ja leuchte dich mal schön an mit der fackel hat da wie du mir welche verpasst ne habe ich dich getroffen ja klar wo scheiße die leise weg messern weil die hier schon in der nähe ballern aber bringt eh nichts also wenn ich finde einen kamerad hier erst mal schießt ne ne ich meine auch so ist nicht überall enten und und vögel und das haben sie auch geil oh 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 alter bleib stehen ich musste erst mal ins haus rein hier nach laden damit ich den platt mache das gut wenn er da stehen bleibt hat ein klein problem dankeschön tschüss ist er weg ja er ist umgefallen hat es nicht anders gewollt ah du bist da das gut siehst du irgendwo ein verbandskasten nehmen warte mal guck mal hier rein hier ist nur eine maschine aber ich habe einen gefunden okay geht es noch runter im keller wo ist denn jetzt das blaue ding da naja ich sehe es im anderen haus oh hier gibt es fett munition oh da ist ja noch ein dicker ja die warte man da nehme ich meine dynamitstange ich löse mal das ding hier ich glaube ja er ist jetzt müde und hat sich hingelegt wir sind sogar voll in der nähe oh siehst du jetzt ist hier draußen auf dem verband kasten oh der wird dahinten ah ich wurde erschossen von wo äh von gerade geradeaus also da wo ich liege mit dem kopf geradeaus sozusagen ähm genau dann müssen wir mal gucken wo ich liege tja das ist mist siehst du mich nene ja ich sehe dich hier unten aber ich weiß nicht wo der gegner ist ja jetzt so von rechts hat er von links links muss er geschossen haben irgendwie okay also von da so aber unten laufen zombies rum und jo also von da alter der von links also jetzt wieder rechts da ja genau von von da die richtung genau da ist da ist er gerade das messer typ aber der hat da irgendwie aus dem gebäude geschossen das war ein zombie der darum stand ne da war ein gegner also der hat da raus geschossen guck mal oh alter jetzt geht's wieder richtig rund na gut das ist jetzt mist ja da sind zwei ach da ist er ne das ist auch nur ein zombie das ist auch nur ein zombie ja oh ich bin sogar endgültig tot ne nein ne ok hat es Aua gemacht da oben ne ich hab nichts gehört Mann wo ist der denn der wartet bestimmt dass ich dich wieder belebe also jetzt kommt glaube ich wieder ein zombie auf dich zu oder ja ne der ist noch nicht na gut dann belebe ich dich mal wieder ne wir sterben jetzt musst du rennen oh jetzt kommt wer angelaufen das ist ein zombie glaube ich scheiß ich muss auch mir gleich mal ne spritze geben alter also ich bin gleich mal mutig und renne mal in seine richtung aber ich weiß nicht wo seine richtung sein soll äh das deswegen also geschossen als du oben warst hat ach jetzt schießt er von da hat mich wieder erschossen von links geschossen diesmal ach der Assi ist doch hier oben jetzt links zombie der hat dich doch oben erschossen oder ne ich glaube der hat mich irgendwie von 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 links erschossen also da ja aus dem Haus da also quasi jetzt von jo äh wo denn oh was irgendwie aber doch oben besser doch gar nicht gut ne aber der Typ ist sehr geduldig davon kannst du ausgehen das nervt ich find das auch so geil weil ich echt nicht weiß wo der schon wieder rumrennt warte wenn er mich jetzt noch mal abschießt dann trete ich in den Arsch ich renne jetzt mal rum dann vielleicht sehen wir ihn ja jo ich geb mir nochmal ne spritze ja ich hab keine Ahnung wo der hin ist ich brauch keine Munition mehr hier nur noch die naja gut wir könnten ja auch einfach abhauen aber dann so geduldig wie der war wird der uns auf oh scheiße oh ah hier er hat mich durch die Wand hat er mich erschossen durch die durch den Zaun ah durch den Zaun mhm also da hinter da ist er da genau ach danke mhm mhm mhm